Das hab ich gemacht. Nur für dich, Rarity. Ganz genau. Das ist ein Eiscreme-Haus. Mit Schokoladenziegeln. Na Marshmallow-Garage. Huh? Twilight? Oh, hi Spike. Es ist mitten in der Nacht. Warum trabst du so auf und ab? Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie du zu so einer Zeit schlafen kannst. Um 3 Uhr morgens? Es ist schrecklich. Es ist furchtbar. Es ist tragisch. Äh, das versteh ich nicht. Was ist denn los? Hier. Verstehst du jetzt, was los ist? Haben wir vergessen, den Baumpflanztag zu feiern? Nein. Das Problem ist, ich hab gerade meinen Plan für diesen Monat gemacht. Aber ich hab vergessen, Zeit für die Planung des nächsten Monats einzuplanen. Verstehst du denn nicht? Es bleibt keine Zeit in meinem Terminkalender für einen weiteren Plan. Ich könnte mein Treffen mit dem Heu-Aufsichtsrat von Ponyville auf nächsten Dienstag verschieben. Aber dann müsste ich mein Mittagessen mit Pinkie Pie verlegen. Und du weißt, wie schlecht sie im Planen ist. Das ist eine absolute Katastrophe. Das bringt mein ganzes Jahr durcheinander. Mein Eiscreme-Traum war so schön, wär ich bloß nicht aufgewacht. Ich fragte, wozu Freundschaft gut sein kann. Mein Eiscreme-Traum, das anbotet ihr die Freundschaft mir an. Abenteuer, Spaß und Spiel und etwas fürs Herz von allem ganz viel lieb und freundlich. Zueinander sein und obendrein gibt's Zauberrei. Meine kranischen Pony, seine allerbesten Freunde seit ihr. Oh mein Gott, ich glaub ich hab's. Wenn ich es schaffe, die Kunst der Unsichtbarkeitszauber und Dorlofs Kurzfassung der Geschichte von Cantalot gleichzeitig zu lesen, gewinne ich dadurch eine halbe Stunde für die Planung. Hä? Was ist denn jetzt los? Twilight, du musst mir zuhören. Wer bist du? Ich meine, du bist ich, aber ich bin auch ich. Wie kann es zwei von mir geben? Das ist wissenschaftlich gar nicht möglich. Du bist wissenschaftlich gar nicht möglich. Twilight, bitte. Ich hab eine sehr wichtige Botschaft aus der Zukunft für dich. Du kommst aus der Zukunft? Genau, jetzt hör zu. Was ist mit dir passiert? Die Zukunft scheint ja furchtbar zu sein. Bitte. Ich hab nicht viel Zeit. Gibt es in der Zukunft vielleicht sowas wie einen furchtbaren Ponystreit? Ehrlich gesagt komm ich vom nächsten Dienstagmorgen, aber das spielt jetzt keine Rolle. Ich kann gar nicht glauben, dass Zeitreisen wirklich möglich sind. Wie hast du... Ich meine ich. Wie hab ich das rausgekriegt? Die Zauber sind in den Archiven von Cantalot. Aber das ist nicht... Wirklich? Wo? Die hab ich noch nie gesehen. In der Starspool der Bertige-Abteilung. Aber jetzt hör mir endlich zu. Machen Zeltreisen Spaß? Oder tun sie weh? Ich hab ja so viele Fragen zu... Ich muss dir etwas extrem Wichtiges über die Zukunft sagen. Und ich hab nur noch ein paar Sekunden Zeit dafür. Also jetzt hör zu. Was auch immer du tust. Zukunft Twilight. Oh nein. Wovor wollte sie mich nur warnen? Ihre Kleidung. Ihre Mähne. Diese Narbe. Oh. Sie hat furchtbar ausgesehen. Ich meine also ich. Was wird mit mir geschehen? Was auch immer Schreckliches in der Zukunft passieren wird. Ich soll es sicher verhindern. Ach komm schon Fluttershy. Die Party kann erst anfangen, wenn die Sachen für die Party alle im Haus sind. Ich helfe dir sehr gern. Aber kann ich nächstes Mal die Ballons treten? Hör zu, meine Ponys. Ich habe euch etwas wirklich Wichtiges zu sagen. Hört auf zu lachen. Ich mein's ernst. Uns steht eine große Krise bevor. Mein Zukunfts-Ich hat mir gerade einen Besuch abgestattet. Das ist kein Witz. Mein Zukunfts-Ich hat versucht, mich vor einer schrecklichen Katastrophe zu warnen, die irgendwann vor nächsten Dienstagmorgen passieren soll. Was für eine Katastrophe. Keine Ahnung. Ich wurde zurück in die Zukunft gesogen, bevor ich's erklären konnte. Hängt um euer Leben! Was sollen wir denn nur tun, Twilight? Wie sollen wir eine Katastrophe verhindern, wenn wir nichts darüber wissen? Wir müssen einfach zusammenarbeiten, damit uns nichts passieren kann. Rainbow Dash. Du und die anderen Pegasi verteilt euch über ganze Equestria und achtet auf alle Probleme, die zu einer Katastrophe führen könnten. Und ich meine wirklich auf alle. Wird gemacht. Alle anderen Ponys Will sonst noch ein Pony mit mir in Panik geraten? Nein? Alle anderen Ponys machen Equestria mit mir katastrophensicher. I die anderen Ponys. Das war ein Pony mit mir. Also das war ein Pony mit mir. Ich habe ein Pony mit mir in der Welt. Das war eine Wechsel. Erledigt, erledigt und erledigt. Applejack, was ist mit dem Wald der ewigen Magie? Das Gebiet ist gesichert. Sehr gut. Und mein Team hat von Philadelphia bis Las Pegasus Entwarnung gegeben. Ausgezeichnet. Gut, wir haben alles auf der Liste erledigt. Aber trotzdem, mein Zukunfts-Ich sah aus, als hätte es etwas Furchtbares durchgemacht. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir nach was Größerem als lockeren Schrauben und undichten Rohren suchen müssen. Okay, alle Ponys hergehört. Tut das, was ich tue. Was ist das für ein Ding? Das ist Cerberus. Er bewacht eigentlich die Tore von Tartaros. Aber wenn er hier ist, dann können all die bösen Kreaturen, die dort eingesperrt wurden, fliehen und Equestria zerstören. Equestria zerstören? Genau. Ist das nicht toll? Hey, Cerberus. Du brauchst wohl mal ein bisschen Gehorsamstraining. Magisches Gehorsamstraining. Oh, du bist ja so ein süßer, dreiköpfiger Hund. Wow. Ich wusste, dass du gut mit Tieren kannst. Aber das ist unglaublich. Ach, er ist doch nichts weiter als ein großes Fellknoll, das von zu Hause weggelaufen ist. Hab ich recht, Cerberus. Ja, du bist ein braver Junge. Pinky? Ja, Twilight? Hast du einen Ball, den ich mehr leihen kann? Ja, ich habe überall in Ponyville Bälle versteckt. Sollte es mal einen Ballnotfall geben. Hey, Cerberus. Sieh mal, was ich hier habe. Ich bringe ihn ganz schnell zu den Toren von Tartarus zurück. Wenn er wieder zu Hause ist, kann es keine Katastrophe geben. Ich wünschte, Twilight würde öfter zu spannenden Abenteuern aufbrechen. Ich habe seit Wochen mal wieder durchgeschlafen. Hey, Twilight. Wie lief es mit Cerberus? Sehr gut. Er war zurück, bevor eine der bösen Kreaturen flüchten konnte. Oh nein. Ganz ruhig. Prinzessin Celestia schreibt nur, dass Cerberus verschwunden ist. Sie hat wohl noch nicht gehört, dass wir ihn schon gefunden haben. Darum geht's nicht. Sondern darum. Um eine Schnittwunde? Also du musst echt härter im Nehmen werden, Twilight. Mach sie einfach sauber und dann ist alles gut. Die Wunde ist an der gleichen Stelle wie die Narbe auf der Wange der Zukunfts-Twilight. Wir haben die Zukunft kein Stück verändert. Die Katastrophe steht uns immer noch bevor. Ich habe Cerberus doch rechtzeitig zurückgebracht. Also wodurch wird dann die Katastrophe ausgelöst? Keine Ahnung, aber vielleicht solltest du mal aufhören hin und her zu traben. Du hast schon eine Furche in den Boden gelaufen. Ich habe jetzt keine Zeit für deine Vorträge, Spike. Das ist eine ernste Sache. Ich halte Vorträge? Ich habe alles Erdenkliche getan, um die Zukunft zu ändern, aber es hat nicht funktioniert. Also ist es vielleicht nicht das, was ich tue, sondern das, was ich nicht tue. Wenn ich bis nächsten Dienstag hier stehen bleibe und mich kein bisschen rühre, dann kann ich unmöglich das tun, wovor mich Zukunfts-Twilight warnen wollte. Ist das dein Ernst? Also was auch immer passiert, du rührst dich kein Stück von der Stelle, richtig? Nun, wenn das so ist, stürzt dich sicher nicht, wenn ich einen Heimer voll Eiscreme esse. Das schmeckt so gut. Spike, hör auf! Du kriegst noch Bauchschmerzen. Bauchschmerzen, hä? Das ist das Problem des Zukunfts, Spike. Hey, Twilight, das Pegasus-Pony aus Baltimore ist zurück und hat Entwarnung gegeben. Und, äh... Was ist denn hier los? Willst du ihn nicht aufhalten? Nein, das will sie nicht. Sie will sich bis nächsten Dienstag nicht von der Stelle rühren. Sie glaubt doch echt, sie könnte so die Katastrophe verhindern. Oh, das ist wirklich lustig. Hey, Twilight, da ist eine Maus direkt hinter dir. Warte, warte, warte. Ich versuch's mal. Oh, nein! Was ist passiert? Das tut mir so leid. Das hab ich nicht gewollt. Es war nur ein Missgeschick. Zeigt es mir. Äh... Ich bin mir nicht so sicher, ob das... Zeigt es mir! Oh, nein! Genau diesen Mähnenschnitt hatte die Zukunfts-Twilight! Weißt du was? Ich finde wirklich, es sieht gar nicht mal so schlimm aus. Ist mir egal, wie es aussieht. Das zeigt auch nur, dass sich die Zukunft nicht geändert hat. Nichts zu tun hat also auch nicht funktioniert. Ich wünschte, ich könnte irgendwie rausfinden, was passieren wird, damit ich es verhindern kann. Du willst in die Zukunft sehen? Es gibt da vielleicht ein Pony, das dir helfen kann. Wo sind wir hier? Hier wohnt Madame Pinky. Madame Pinky? Komm in die Gemächer von Madame Pinky Pie! Du suchst viele Antworten und um die zu finden, werden wir die mystische Kugel des Schicksals befragen. Gefällt dir meine mystische Kugel des Schicksals? Ist ganz neu. Cool, hä? Ja, äh... Besser geht's ja gar nicht. Nun sieh tief in die Kristallkugel hinein und dann wird sie dir schon sehr bald alles offenbaren. Ah ja, ich sehe etwas. Es ist eine Vision der Zukunft. Ich sehe dich, Twilight. Du bekommst nächstes Jahr ein richtig cooles Geburtstagsgeschenk. Toll, oder? Ja, und sonst? Das ist alles. Bist du sicher? Yep, ich sehe nur ein cooles Geschenk. Pinky, ich brauche deinen sechsten Sinn, um zu erfahren, vor welcher drohenden Katastrophe mich Zukunfts-Twilight wahren wollte. Aber meine Wahrsagerei hat doch nichts mit meinem sechsten Sinn zu tun, du Dummerchen. Und der funktioniert nur bei herannahenden Ereignissen. So wie jetzt, siehst du? Wo kommt denn das Ding überhaupt her? Ich habe Twilight seit dem Blumentopf-Vorfall gar nicht mehr gesehen. Ich hoffe, sie ist nicht sauer. Seit gestern um 0,2 abgewichen. Gewaltiger Anstieg. Oh Mann, das sieht ja überhaupt nicht gut aus. Hey, Pinky. Twilight will wohl unbedingt rausfinden, was sie für ein cooles Geburtstagsgeschenk kriegen wird, richtig? Wen interessiert's? Hauptsache, ich kann weiter Eiscreme essen. Entschuldige Zukunfts-Spike. Geht es dir gut? Ach, Pinky. Wie schön, dich zu sehen. Hilfst du mir dabei, das Spiegellinsen-Objektiv meines Teleskops neu einzustellen? Na sicher. Ich habe nachgedacht, nachdem ich bei Madame Pinky war und mir der Blumentopf auf den Kopf gefallen ist. Siehst du den Verband? Sieht wie der aus der Zukunft aus. Schön. Durch den Blumentopf hatte ich eine Erleuchtung. Etwas zu tun ging nicht, nichts zu tun ging nicht und die Zukunft ließ ich auch nicht voraussagen. Also bleibt mir nur eine Möglichkeit. Ich muss alles überwachen. Das ergibt Sinn. Dann bin ich auf alles vorbereitet, was in der Zukunft passiert. Letzte Nacht dachte ich, da wäre was im Pferdekopfnebel, aber nachdem ich drei Stunden lang draufgestarrt hatte, wurde mir klar, dass ich mich geirrt hatte. Drei Stunden lang? Wann hast du geschlafen? Oh, überhaupt nicht. Ich habe nicht geschlafen, seit Zukunfts-Twilight hier war. Es sind nur noch drei Tage bis Dienstag, dann kann ich schlafen, so viel ich will. Du bist schon viel zu lange wach, Twilight. Ja, Dienstag ist nicht erst in drei Tagen. Dienstag ist schon morgen. Tinky, hast du das Spiegellinsen-Objektiv des Teleskops richtig eingestellt? Ich habe echt keine Ahnung. Ah! Mein Auge! Keine Sorge, Twilight. Ich habe überall in Ponyville Augenklappen versteckt. Sollte es mal einen Augenklappen-Notfall geben. So, jetzt siehst du wie ein Pirat aus. Wie ein müder Pirat mit einem wirklich komischen Mänen-Schnitt. Die Augenklappe, das ist noch ein Zeichen. Fast alle Zeichen haben sich erfüllt. Ich habe nichts getan, was die Katastrophe verhindert. Wenn morgen Dienstag ist und die Katastrophe Dienstagmorgen passiert, dann gibt es nur eine Lösung. Ich muss ganz einfach die Zeit anhalten. Anhalten! Okay, die Archive von Kentalot sind gleich da drüben. Gehen wir! Äh, ich glaube aber nicht, dass wir hier rumschleichen müssen, Twilight. Es ist nicht verboten, durch Kentalot zu laufen. Wache! Nun macht schon. Na los! Das war knapp. Ich verstehe auch gar nicht, wieso wir diese Dinger tragen müssen. Tragen wir die nicht nur zum Spaß? Nein, an dieser Sache ist nichts Spaßiges. Oh, bist du sicher? Konzentriert euch! Wir müssen versuchen, irgendwie die Zeit anzuhalten. Die Zeitzauber befinden sich in der supersicheren Starswool der Bärtige-Abteilung. Deswegen schleichen wir uns rein. Aufregend! Ist das lustig? Nein, das ist nicht lustig! Verstehe immer noch nicht, wieso sie sich in die Archive schleichen will, um etwas über ihr Geburtstagsgeschenk rauszufinden. Die Luft ist rein. Jetzt schiebt mich langsam durch das Fenster. Los, bringen wir es hinter uns. Okay, wenn meine Berechnungen korrekt sind, dann müsste die Starswool der Bärtige-Abteilung genau hier sein. Äh, Twilight? Was ist denn Spike? Sind wir hier nicht reingekommen? Cool! Können wir nochmal durchs Fenster klettern? Das hat echt Spaß gemacht! Ich verstehe das nicht. Sie müsste eigentlich genau hier sein. Wie sollen wir sie jetzt nur finden? Vielleicht sollten wir mal in dieser Starswool der Bärtige-Abteilung nachfragen. Wie konnte ich die übersehen? Seht euch mal all die kostbaren magischen Schriftrollen an. Es sind viel mehr, als ich mir je hätte vorstellen können. Twilight, die Wache! Was sollen wir jetzt tun? Was nur? Hey, Twilight! Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Ich öffne dir mal die Tür. Danke! Oh nein! Seht nur! Ich sehe genauso aus wie die Zukunfts-Twilight! Das letzte Zeichen hat sich erfüllt! Und das ist schlecht, richtig? Kommt schon! Es ist gleich Dienstagmorgen. Die Katastrophe könnte jeden Moment passieren! Aber wo ist der Zauber, der die Zeit anhält? Hier stehen sicher eine Million Schriftrollen rum. Ich weiß es nicht! Twilight, es ist vorbei! Es ist offiziell Dienstagmorgen! Nein! Nein! Dienstagmorgen! Die Katastrophe! Sie kommt jetzt! Ich weiß nicht, Twilight. Es gibt keine Katastrophen. Sieht wie ein ziemlich schöner Tag aus. Guten Morgen, Twilight. Ich mag deine neue Frisur. Also, schönen Dienstag noch. Wieso ist überhaupt kein Pony überrascht, dass ich hier drin herumschleiche? Kann es sein, dass es nie eine Katastrophe gegeben hat? Und dass ich mich wegen nichts und wieder nichts verrückt gemacht habe? Ich verstehe das nicht. Wenn dich die Zukunfts-Twilight nicht von einer Katastrophe wahren wollte, was hat sie dann versucht, dir zu sagen? Das weiß ich nicht. Aber eine Sache weiß ich. Ich sehe echt lächerlich aus. Ja, tust du. Und das alles nur, weil ich die Zukunft einfach nicht sich selbst überlassen konnte. Tja, das wird sich ändern. Von jetzt an löse ich die Probleme, wenn sie sich mir stellen. Und hör auf, mir über jede Kleinigkeit Gedanken zu machen. Das ist toll. Dann trafst du nicht mehr mitten in der Nacht hin und her? Ich trabe nachts nie wieder hin und her. Hätte ich diese Lektion doch nur vor einer Woche schon gelernt, dann wäre uns das alles erspart geblieben. Twilight, Twilight, ich habe etwas gefunden! Das hält die Zeit zwar nicht an, aber man kann damit in die Vergangenheit reisen. Hier steht, man kann nur einmal für wenige Momente zurückgehen. Hilft das? Pinky, du bist ein Genie! Juhu! Jetzt kann ich zurückgehen und dir Vergangenheit-Twilight sagen, dass sie sich nicht wegen einer Katastrophe verrückt machen muss, die nie passieren wird. Twilight, du musst mir zuhören! Wer bist du? Ich meine, du bist ich, aber ich bin auch ich. Wie kann es zwei von mir geben? Das ist wissenschaftlich gar nicht möglich. Du bist wissenschaftlich gar nicht möglich! Twilight, bitte! Ich habe eine sehr wichtige Botschaft aus der Zukunft für dich. Du kommst aus der Zukunft? Genau, jetzt hör zu! Was ist mit dir passiert? Die Zukunft scheint ja furchtbar zu sein. Bitte! Ich habe nicht viel Zeit! Gibt es in der Zukunft vielleicht so etwas wie einen furchtbaren Ponystreit? Ehrlich gesagt komme ich vom nächsten Dienstagmorgen, aber das spielt jetzt keine Rolle. Ich kann gar nicht glauben, dass Zeitreisen wirklich möglich sind! Wie hast du... Ich meine, ich... Wie habe ich das rausgekriegt? Die Zauber sind in den Archiven von Canterlot. Aber das ist nicht... Wirklich? Wo? Die habe ich noch nie gesehen! In der Starspool der Bärtige-Abteilung. Aber jetzt hör mir endlich zu! Machen Zeitreisen Spaß? Oder tun sie weh? Ich habe ja so viele Fragen zu... Ich muss dir etwas extrem Wichtiges über die Zukunft sagen und ich habe nur noch ein paar Sekunden Zeit dafür, also hör jetzt zu! Was auch immer du tust! Mach dir bloß nicht... Andauernd... Sorgen! Nicht zu fassen, dass das schon wieder passiert ist! Hast du ihr von dem coolen Geburtstagsgeschenk erzählt? Letzte Woche ist doch die Zukunfts-Twilight zu mir gekommen, um mich vor etwas zu warnen. Tja, das war ich, die versucht hat mir zu sagen, dass ich mir nicht so viele Sorgen machen soll. Jetzt werde ich die nächste Woche damit verbringen, wegen einer Katastrophe auszuflippen, die gar nicht existiert! Ach, mach dir keine Sorgen! Das Problem hat jetzt die Vergangenheits-Twilight! Ich schätze, da hast du recht, Pinky! Oh! Mein Bauch! Ich glaube, das ist die ganze Eiscreme! Ich dachte, die Bauchschmerzen wären das Problem des Zukunfts-Spikes, aber jetzt bin ich leider der Zukunfts-Spike! Komm schon, Zukunfts-Spike! Bringen wir dich schnell nach Hause! Was geschah bisher bei My Little Pony? Starlight Glimmer? Ja, ich dachte, ich hab sie gesehen! Willkommen zu Hause, Twilight! Wir sind in die Vergangenheit zurückgereist, als Rainbow Dash ihren ersten Ultraschall-Rainboom flog. Ohne den Rainboom könnt du und deine Freundinnen niemals eure besondere Schönheitsflecken-Freundschaft schließen! Und was Starlight in der Vergangenheit getan hat, hat die Gegenwart verändert! In der Zukunft, die wir gesehen haben, will ich nicht leben! Ich glaube nicht, dass wir das müssen! Alle Diener der Königin Chrysalis, die in diesen Wald kommen, werden von uns ausgelöscht! Ich fragte, wozu Freundschaft gut sein kann, My Little Pony, davon botet ihr die Freundschaft mir an! Abenteuer, Spaß und Spiel, und etwas fürs Herz, von allem ganz viel, lieb und freundlich, zueinander sein, und obendrein gibt's Zauberrei! Seine herrlichen Pony, seine allerbesten Freunde seien ihr! Wartet, wir sind keine Wechselpony's! Ich bin ein Pony und er ist ein Drache! Oh, wer's glaubt, wird selig! Tu was Drachenhaftes! Ist gut! Die Diener von Chrysalis würden alles tun, um ihre böse Haut zu retten! Stopp! Sind sie Wechselpony's, erkennen wir es schon bald! Doch ich glaube, es täuscht uns zunächst ihre Gestalt! Zekora! Bitte, du musst mir zuhören! Niemand kann sich unter der Salbe verstecken! Sie lässt uns die Wahrheit darunter entdecken! Was heißt das? Es hat sich eine ganz andere Bedeutung ergeben! Und ich befürchte, wir lagen völlig daneben! Ich glaube, ich kann das erklären! Ich bin sicher, du kannst! Aber lass uns hier nicht reden! Denn Chrysalis und ihre Armee sind schon bald zugegen! Seit kurzem hat das Böse hier die Macht! In deiner Welt hat es das sicher noch nicht vollbracht! Chrysalis und ihre Armee wollten Cantalot einnehmen! Meine Freunde und ich konnten sie aufhalten! Deine Freunde, wie du sie kennst, gibt es nicht, wo du hier bist! Doch erzähl mir, wie all das wohl geschehen ist! Starlight Glimmer! Dieses Pony ist in die Vergangenheit gereist und hat meine Freundschaft verhindert! Und diese Freunde würden uns allen nützen? Würden sie uns vor Krieg in Equestria beschützen? Ich denke schon! Aber ich bin schon zum zweiten Mal zurückgekehrt und alles ist noch viel schlimmer geworden! Wenn Starlight in der Vergangenheit dasselbe tut, wie kann die Gegenwart sich so sehr verändern? Ah! Die Zeit ist wie ein Fluss! Und wenn hier oben eine Kleinigkeit passiert, kann sein, dass der Fluss mit vielen Änderungen darauf reagiert. Der Wald ist oft ein dunkler Ort. Doch sind wir alle sicher dort? Hier ist es gemütlich! Bitte! Ihr müsst uns schnell helfen! Die Wechselponys greifen Ponyville an! Wir konnten gerade noch entkommen! Ich sehe nur einen Angriff hier! Ein Wechselpony ist auf der Suche nach mir! Es hat ziemlich lange gedauert, dich zu finden, Zekora! Ha 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 ha! Was hast du dir für ein nettes Dorf ausgesucht, um deine kleine Widerstandstruppe zu bilden? Da läuft einem glatt das Wasser im Mund zusammen! Ach, komm schon, Zekora! Komm schon, Zekora! Ihr seid doch unterlegen! Willst du, dass deine Schützlinge verletzt werden? Geh freiwillig in den Kerker von Cantalot und ich verspreche dir, ich lasse die anderen in Ruhe! Wieso sollte sie dir vertrauen? Selbst wenn die Chance besteht, dass sie ihr Wort hält, gebt nicht auf! Rennt zum Plan, wir wehren Krusales ab! Halt Starlight auf und bring die Welt wieder auf Tragen! Zeit, sich zu entscheiden, Zekora! Selbst wenn dein Versprechen der Wahrheit entspricht, wir unterwerfen uns dir nicht! Nein! Nein! Nicht so schlecht, aber da musst du dir schon mehr einfallen lassen als das. Da hast du aber Glück, dass ich noch mehr drauf habe. Arbeite weiter an deiner Zielsicherheit. Was macht ihr denn? Ihr müsst das Rennen beenden. Ach, von wegen. Eure Show hier ist doch viel spannender. Siehst du, du kannst mich nicht aufhalten, egal was du tust. Oh Mann! Das ist merkwürdig. Tja, den Sturz meinst du offensichtlich nicht. Der ist ja mittlerweile Routine. Nein, wir sind bisher immer am Tag zurückgekehrt. Aber sieh doch. Wir sind doch am Tag abgereist. Warum kommen wir dann in der Nacht zurück? Vielleicht sollten wir uns später darum kümmern. Das Schloss der zwei Schwestern. Steh nicht so rum! Das Schloss sieht heute aber sehr unbewohnt aus. Rarity? Es finden heute keine Besichtigungen statt. Die Wandteppiche werden ausgetauscht. Wieder mal. Rarity, ich bin es. Ich pflege keinen Kontakt zu irgendwelchen Drachen. Das würde jedes Pony vermeiden. Rarity, du musst mir bitte zuhören. Die Zukunft von Equestria ist gefährdet. Ich weiß nicht, wieso dir mein Name bekannt ist, aber ich hab zu viel zu tun, um die Fantasie von Touristen zu beflügeln. Ich muss zum Plan und Starlight davon abhalten, die Vergangenheit zu ändern. Denn jede Gegenwart, in die ich reise, ist schlimmer als die letzte. Bitte, redest du etwa von Zeitreisen? Ah, das weckt nun wirklich mein Interesse. Erzähl mir, wie du die Magie erhalten hast, durch die Zeit zu reisen. Die Prinzessin hat eine Frage gestellt. Und wenn du nicht im Kerker enden willst, solltest du ihr sagen, was sie wissen will. Kein einziges Pony außer mir sollte in meinem Königreich die Macht besitzen, in die Zeit einzugreifen. Dein Königreich? Wessen sonst? Ähm, Celestias natürlich. Meine Schwester ist schon seit Jahren im Mond eingesperrt. Keine geringere Strafe als die, die sie mir gab. Und nun, zeig mir, wie man durch die Zeit reisen kann. In Ordnung. Twilight, nein! Wir haben keine Wahl, Spike. Ich nehme dich mit, aber wir müssen an den Timberwölfen vorbei. Ich bin die Herrscherin von ganz Equestria. Denkst du, ich habe Angst vor ein paar kleinen Timberwölfen? Nein. Ich weiß, dass es nicht so ist. Und falls du denkst, du könntest mir unterwegs entkochen, Wäre es doch sehr schade um die Gesundheit deines Freundes. Was ist genau geschehen? Ein Pony meiner Zeit nutzt einen Zauber und ändert die Vergangenheit. Und jetzt wirst du mir diesen Zauber überlassen. Dann werde ich sicherstellen, dass niemand die Elemente der Harmonie findet und meine Herrschaft für immer anhält. Das wird sie nicht. Was? In meiner Welt haben wir die Elemente zusammengefunden. Wir haben den Kampf gegen dich gewonnen. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um diese Welt zurückzubringen. Nein! Nein! Ich bin immer mehr davon überzeugt, dass ich dich aufhalten muss. Tja, dann viel Glück. Tja, dann viel Glück. Na, willst du wieder um das Rennen kämpfen, Twilight? Nein, du hast recht. Ich kann dich nicht aufhalten. Aber ich werde es trotzdem weiter versuchen. Und wir könnten das bis in alle Ewigkeit so treiben. Wenn das nötig ist, dich und deine Freunde von ihrer Schönheitsfleckenfreundschaft abzuhalten, spiele ich gern mit. Was du tust, geht über Schönheitsflecken hinaus. Alles, was jetzt hier geschieht, selbst die kleinste Änderung, kann eine Lawine an Problemen in der Zukunft auslösen. Oh, als nächstes erzählst du mir wohl, dass das Schicksal von Equestria auf dem Spiel steht. Das tut es. Spar mir dein übergroßes Ego. Keine guten Freunde, nicht mal Prinzessin Twilight ist so furchtbar wichtig. Keine Ahnung, wie wichtig die Freundschaft anderer Ponys für die Zukunft ist, aber ich kann dir eine Welt ohne meine Freunde zeigen. Wo sind wir? In der Zukunft. Besser gesagt, in der Gegenwart. Aber hier existiert nichts. Ich wünschte, ich wäre auch so überrascht. Jede Welt, in die ich zurückkomme, ist schlimmer als die letzte. Ich weiß nicht, warum meine Freunde und ich so wichtig für Equestria sind, aber wir sind es. Ach, und das soll ich dir glauben? Komm schon, Starlight, sieh dich doch um! Wie ich es sagte, alles in der Vergangenheit beeinflusst die Zukunft, selbst die kleinste Tat. Und das ist das Ergebnis deiner Taten. Ich weiß, ich kann dich nicht aufhalten, aber vielleicht kann dieser Anblick deine Meinung ändern. Was? Meine Meinung ändern? Du kennst mich offenbar kein bisschen. Ich war so glücklich, bevor du und deine Freunde meine Welt ruiniert haben. Ich weiß nicht, warum du ein Dorf ohne Schönheitsflecken gegründet hast. Und es tut mir leid, dass wir es dir weggenommen haben, Starlight. Du willst wissen, was mir widerfahren ist? Ich zeig es dir! Wo sind wir? Dein Plan ist mit jedem Teil von Equestria verbunden. Und dieser Teil ist meine Heimat. Sunburst und ich waren immer zusammen. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt je getrennt waren. Bis zu diesem Tag. Ich weiß nicht, Und dann war mein Freund plötzlich fort. Seine Familie erkannte sein magisches Talent und schickte ihn nach Kenterloch. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Und warum nicht? Na, wegen seines Schönheitsflecks. Er bekam seinen und ich nicht. Er zog fort und ich bin geblieben. Hier saß ich und schloss nie wieder Freundschaften, weil ich Angst hatte, dass ein Schönheitsfleck mir wieder einen Freund wegnehmen könnte. Das ist doch lächerlich. Ein Schönheitsfleck nimmt dir keinen Freund weg. Nicht alle Ponys bekommen ihre Schönheitsflecken gleichzeitig mit ihren Freunden. Du weißt nicht, wie es ist, einen Freund wegen eines Schönheitsflecks zu verlieren. Doch wenn ich den Rainboom stoppe, wirst du es wissen. Und wenn ich diese Schriftrolle zerstöre, wirst du auch nie wieder etwas daran ändern. Starlight, du hast recht. Und du hast sehr leiden müssen. Aber glaub mir, du darfst das nicht tun. Ich habe gesehen, wo das hinführt. Und du doch auch. Ich habe gesehen, was du mir gezeigt hast. Wer weiß, ob das passiert. Ich habe es ein Dutzendmal erfahren. Ohne meine Freunde hat Equestria keine Zukunft. Oh, was soll an deinen Freunden so besonders sein? Wie können ein paar Ponys, die so unterschiedlich sind, denn überhaupt so wichtig sein? Die Unterschiede zwischen meinen Freunden und mir stärken sogar unsere Freundschaft. Ich dachte, Sunburst und ich wären gleich. Aber wir waren sehr verschieden und das hat unsere Freundschaft zerstört. Versuche es nochmal. Finde neue Freunde. Und wenn mal etwas passiert, das sich nicht ändern lässt, steht das zusammen durch. Dafür sind Freunde da. Es sind nicht nur meine Freundschaften wichtig für Equestria. Die aller Ponys sind es. Euer Freundschaftsende hat uns hergeführt. Aber viele andere Freundschaften warten da draußen, dass du ihnen eine Chance gibst. Und woher weiß ich, dass sie nicht alle genauso enden? Vielleicht kannst du dafür sorgen, dass es nicht geschieht. Ich bin ein, dass sie nicht mehr von dir sind. Ein Schloss der Freundschaft, vorhanden. Was in Equestria war denn das? Geht es auch allen Ponys gut? Mach das nochmal! Alle unsere besten Freundinnen, vorhanden. Ja, Spike, wir sind wieder zu Hause. Äh, was macht sie zum Heuhaufen hier? Ehrlich gesagt, das ist eine sehr lange Geschichte. Klar, dass mein Ultraschall Rainboom Hammer ist, aber dass davon die Zukunft von Equestria abhängt. Oder von uns! Es ist wohl mehr als das. Freundschaften verbinden ganz Equestria und wichtige Freundschaften aufzulösen, hat Equestrias Magie geschwächt. Ich kann nicht fassen, dass ihr einfach so durch die Zeit reisen konntet. Dieses Starlight muss eine ganze Menge Magie besitzen. Sie besitzt mehr Talent für Zauberei als irgendein Pony, das ich sonst kenne. Ich konnte sie nicht mal aufhalten. Ich musste sie überzeugen, von selbst aufzuhören. Und als ich das erkannt hatte, hat sich alles gelöst. Aber wenn sie so große magische Kräfte hat, können wir sie doch nicht einfach wegschicken, oder Leute? Eigentlich habe ich da eine ganz andere Idee. Was ich getan habe, ist nicht zu entschuldigen. Aber ihr sollt wissen, dass ich jede Strafe annehme, die ihr euch überlegt habt. Ich habe darüber nachgedacht, wie schlecht es Equestria ging, weil gewisse Freunde fehlten. Denn wird auch nur eine Freundschaft zerstört, können die Auswirkungen furchtbar sein. Ich weiß aus erstem Huf, wie schlimm das sein kann. Und deshalb habe ich dich gebeten zu kommen. Wenn du dazu bereit bist, möchte ich dir beibringen, was ich weiß. Du hast die Macht, Equestria zu einem noch besseren Ort zu machen. Und wo fange ich an? Der Anfang ist ganz leicht. Du musst dazu nur eine Freundin finden. Und du hast jetzt schon sieben Freunde gefunden. Ich hab geglaubt, die Chance sei vertankt. Und alles wäre ohne Sinn. Obwohl ich euch verließ, seid ihr nun da. Und ermöglicht deine Neubeginn. Du darfst nicht glauben, dass es zu spät ist. Wenn du nie vergisst, dass wahre Freundschaft wichtig ist. In einer Freundschaft zählt das, was man bringt. Trau es dir zu und du siehst, wie es dir gelingt. Was Lüge war, ist offenbar. Nun ist uns klar, wer du wirklich warst. Als deine Freunde stehen wir für dich ein. Auch wenn jemand anders ist, kann Freundschaft ehrlich sein. Als deine Freunde stehen wir für dich ein. So ist es auf der ganzen Welt. Zusammenhalt ist das, was zählt. Ein wahrer Freund lässt dich nie allein. Denn auf Schritt und Tritt geht die Freundschaft mit. Wie ein Schlüssel findet sie ihren Weg zur Harmonie. Denn auf Schritt und Tritt geht die Freundschaft mit. Wie ein Schlüssel findet sie ganz schnell ihren Weg. Ganz schnell ihren Weg, ihren Weg zur Harmonie.